Kirsten Luise L.A. ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Leben Elis Mutter Micky starb 1981 an den Folgen eines Autounfalls. Ihr Vater Robert Besitzer einer Holzfabrik wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Über Twitter äußerte Elie, sie sei bis zu ihrem 17. Lebensjahr von ihrer Mutter geschlagen worden. Kirsten Elis erste Kienrolle war die der Vulkanierin Lieutenant Savick in Star Trek 2, Der Zorn des Kahn, um nicht auf diese Rolle festgelegt zu bleiben und angeblich auch weil ihre Gagenforderungen nicht erfüllt wurden, lehnte sie es ab. In Star Trek 3, auf der Suche nach MR, Spock erneut die Vulkanierin zu spielen. Nach der Fernsehserie Maskrade war sie in der Fernsehadaption Fackeln im Sturm zu sehen. Danach verkörperte sie Rebecca Howe in der Sitcom Cheers sowie die Molly an der Seite von John Travolta in Guck mal wer da spricht. Der Kinofilm hatte mit derselben Besetzung zwei Fortsetzungen. In den 1990er Jahren war Elie überwiegend in Kinokomödien und im US-Fernsehen zu sehen. 2005 spielte sie in der Sitcom Fat Actress sich selbst aus Liebeskummer hatte sie stark an Gewicht zugenommen. Zwischen 1983 und 1997 war sie mit dem Schauspieler Parker Stevenson verheiratet. Sie adoptierten in dieser Zeit zwei Kinder. Elie ist seit Jahren Scientology-Mitglied. Sie hat die zweithöchste Stufe in der Scientology-Hierarchie erreicht und mehrere Millionen Dollar für Scientology aufgewendet. Filmografie Film 1982 Die Begegnung Regie Sam Fürstenberg 1982 Star Trek 2 Der Zorn des Kahn Regie Nikolas Meyer 1984 Blind Date Regie Niko Mastorakis 1984 Champions 1984 Runaway Spinnen des Todes Regie Michael Kreiten 1985 Mein Leben als Bunny Regie Karen Arthur 1987 Nur eine Nacht Regie David Lowe Lrich 1987 Sommerschool Regie Karl Reiner 1988 S.H.E.S. Having a Baby 1988 Mörderischer Vorsprung Regie Roger Spottiswood 1989 Loverboy Liebe auf Bestellung 1989 Guck mal, wer da spricht Regie Amy Heckeling 1990 Matt House Regie Tom Roplevsky 1990 Eine Fast Anständige Frau Regie Karl Reiner 1990 Guck mal, wer da spricht 2 Regie Amy Heckeling 1993 Guck mal, wer da jetzt spricht Regie Tom Roplevsky 1995 Eins und Eins macht 4 Regie Andy Tennant 1995 Joey's Team Regie Neil Tolkien 1995 Das Dorf der Verdammten Regie John Carpenter 1995 Der Traum vom Glück Regie Robert Ellen Eckham 1996 Nevada Regie Gary Tiche 1996 Peter und der Wolf Regie George Daugherty 1997 Die Zahnvieh Regie Melanie Meyren 1997 Harry Außer sich Regie Woody Allen 1997 1997 Zum Teufel mit den Millionen Regie Brian Spicer 1999 The Mao Game 1999 Gnadenlos schön Regie Michael Patrick Jan 2002 Bark by Midnight Fernsehen 1983 Operation Maskerade Pariser Sünden Regie Peter H. Hund 1984 Sins of Allpast 1984 Hitchhiker E.V. 1985 Abanistale 1985 Fackeln im Sturm Teil 1 zu 3 Regie Richard T. Heffron 1986 Hotel California Regie Charles Bravermann 1986 Tödliche Hitze Las Vegas Cop 2 1987 Infidelity 1987 zu 1993 Cheers 1994 Zu viel Liebe Davids Mutter 1996 Radiance City 1996 Frage nicht nach morgen 1997 The Last Don 1997 zu 2000 Veronika 1997 Die Zahnvieh 1998 The Last Don 2 2001 Blonde 2001 Dahmer und Greg 2002 Salem Witch Trials 2003 Profoundly Normal 2004 Family Sins Familie Lebenslänglich 2004 Without a Trace Spurlos Verschwunden 2004 Wiley Wasgun 2005 Fair Dectress 2006 King of Queens 2007 Sexy, Clever und über 40 2007 The Minister of Divine 2010 Kirstie Elise Big Life 2011 Dancing with the Stars 2013 Kirstie Bücher How to lose your ass and regain your life Rodale 2005 ISBN 1-59 59 486 232 X The Art of Men Adria Books 2012 ISBN 978 1-4516 73586 3-5-8-6 3-5-8-6 3-5-8-6 3-5-8-6